Was freut es mich euch? Was freut es mich? Hallo. Grüß dich. Guten Tag. Ich darf euch hier begrüßen. Oh, ein schönes Kuchen da, alles super. Alles da. Und wie viel landet? Ein schöner Mann ist es, das hier auf Arm. Nein, den Mann. Der ist ein Boot, du Trinken. Ich habe ja mal die Inge beleidigt, nicht? Hast du das mitbekommen? Nein. Ja, ich habe mal gesagt. Der Bill, sage ich, der sieht aus wie ein Strubelpeter. Mit einer Frisur, weißt du, der Strubelpeter. Aber das finde ich auch schick. Das sieht eleganter aus. Ja, ganz toll. Das sieht eleganter aus. Ein Stein, bitte. Ich meine, ich kann auch singen, aber die Inge sagt, du kannst nicht singen. Doch, wir singen nachher alle zusammen. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich kann nicht singen dabei. Ich kann singen. Nein, aber du singst immer so falsch. Du kannst einen Ton nicht halten. Ich möchte gerne meine erste Stimme. Wir sind heute bei Bill und Tom. Jetzt hat man den Mund. Dann freuen wir uns heute nicht mehr. Bist du jetzt mal stehen? Bist du jetzt mal... Jetzt geht es schon wieder los. Klaus, ich bitte nicht. Du hast dem Bill ins Herz geschlossen. Ich kann nicht so viel. Ich weiß auch wieder, wie die erste Strophe... Wenn ich will, steht der Bill für mich werde. Nur damit ich glücklich werde. Und dann geht das so weiter. Ja, das war mal früher ein alter Schlager. Ich habe keine... Guck mal, was du... Ja, ich meine meine Aussicht. Habt ihr schon die... Intelligenter ist ja der Bill, nicht? Also, ich bitte dich. Meine ich. Wieso denn da... Also, es ist ja eine hohen Verschämtheit, was der schon wieder sagt. Lass mich doch jetzt ausreden. Guck mal, er ist Sänger. Du singst falsch. Du weißt ja nichts davon. Du verstehst ja nichts davon. Ihr seid ja Jungfrauen, nicht? Ja. Mein Sohn ist auch Jungfrau. Nein. Doch. Nein. Christian ist Jungfrau. Er ist ein Löwe. Ach stimmt, ja, meine Oma war Jungfrau. Ich weiß nicht. Und ich heiße Ingrid Agnes Emma. Oh, Agnes ist auch ein schöner Name. Ich meine, Ingrid auch. Ja, Ingrid finde ich auch persönlich schön. Ingrid ist ein aparter Name. Agnes ist von meiner Oma und Emma von der alten Tante. Mein Herz geht auf. Mein Herz geht an, wenn meine Katze mich ansieht, mit ihren herrlichen Augen. Ihre Katze, die hat ja schon, da ist ja irgendwie ein Mensch drin. Ja, da ist ja, ich sag also, du bist, du bist, die ist wie ein Mensch. Nur, die kann nicht reden. Ja, da ist ja, ich sag also, du bist, 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 du